Hallo lieber Unternehmer, wie investiert Max Otte und was können Sie davon lernen? Darum geht es in diesem Video und jetzt los mit dem von mir geschätzten Max Otte. Also wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann haben wir ungefähr vor zwei Jahren die Umstellung der Portfolios abgeschlossen und jetzt sind zwei Jahre vergangen und insgesamt war die Gesamtperformance bei über 40 Prozent. Ja, also was heißt das? Ist das gut oder ist das schlecht? Nun, ganz ehrlich, das kann man nicht sagen. Es klingt gut, hängt jedoch finanzwirtschaftlich ab davon, welches Risiko ist er dabei eingegangen. Ich erkläre das jetzt mal so. Stellen Sie sich vor, er hätte auf hochrisikoreiche Anlagen gesetzt, wo er mit 10 Prozent Chance 100 Prozent Gewinn macht und mit 90 Prozent Chance das Investment komplett verliert und er hat einfach Glück gehabt und hat jetzt 40 Prozent, dann war das in Summe ein schlechtes Ergebnis. Hat er in einen breiten Aktienmarkt in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Industrien investiert und hat da sich durch Investmentauswahl durch Stockpicking gute Anlagen herausgesucht und hat dann 40 Prozent erzielt. Dann ist ein relativ geringes Risiko eingegangen und dann waren 40 Prozent sehr gut. Ich erwähne das deswegen, weil hier so ein bisschen an der Oberfläche geblieben wird und ich weiß, dass der Max Otte da viel mehr kann. Man müsste den Investoren erklären, dass nominale Rendite gerade auch in Zeiten der Hochinflation sehr wenig Aussagekraft haben und man sollte hier mit Realrenditen arbeiten und man sollte mit dem sogenannten Sharp-Ratio arbeiten. Das ist also ein finanzwirtschaftlicher Faktor, der die Rendite in den Vergleich setzt zum Risiko, das eingegangen wurde und das wird gemessen mit der Volatilität. Ja, soweit ein fachlicher Kommentar. Doch jetzt weiter mit dem Liebmarktsortteil. Und der größte Wertbeitrag, also wir haben verschiedene Säulen dann in den Portfolios, Liquidität, Edelmetalle und Minen. Ja, was heißt das? Liquidität, Edelmetalle, Minen und Big Tech. Bei Liquidität, wenn er da einen hohen Anteil hat, sagt er, dass er nicht weiß, worin er investieren soll, dass er von einem Marktcash ausgeht und von hohen Bewertungen. Wenn er Edelmetalle hat, dann ist das eine Art Versicherung und er setzt auf Krisen oder auf Inflationsszenarien oder Starkflationsszenarien, gibt eine Extremform davon, das nennt man Hyperinflationary Depression. Und wenn er auf Big Tech setzt, dann setzt er auf ein fortsetzender Rally. Und ja, also ich glaube, es ist immer wichtig zu wissen, wenn jemand sagt, er geht in die und die Anlage und in die Investmentkategorien. Das zeigt auch etwas über sein Denken. Was bedeutet das für Sie? Ich glaube, es ist wichtig, von ihm zu lernen und sich zu fragen, welchen ökonomischen Szenarien sind denn wahrscheinlich und entsprechend ihre Anlagen zu strukturieren. Big Tech, also Microsoft, Amazon, Apple und so weiter. Wir haben Konsumgüter und Markenartikler, Energie und Rohstoffe, sonstige Mittelständler und wir haben eine große Position seit über einem Jahr in Berkshire Hathaway, der Holding von Warren Buffett. Ja, wenn man in Berkshire Hathaway investiert, dann investiert man in den Warren Buffett und sein Team, man investiert in jemanden, der ein weltbekannter Finanzstar ist und man investiert in reale Werte. Ja, der ist ja bekannt für verschiedenste Aussagen, der hat, ich glaube, gesagt, Derivate sind Massenvernichtungswaffen und ähnliches mehr. Ja, ist auch für mir ein geschätzter Investor und ist mit Sicherheit etwas, was man sich anschauen kann, wenn man breit investieren will. Und ich habe vor einem Jahr auch ein ausführliches Webinar zur Bewertung von Berkshire gemacht und auch gesagt, warum dies die größte Position für uns ist. Ja, wenn wir uns das anschauen, Big Tech hat sehr gut performt. Wir sind in der Gewichtung runter in den zwei Jahren, das heißt, wir haben da etwas abgebaut. Wir haben einerseits natürlich Kursbewegungen von 40, 50 Prozent zum Teil und haben aber diese Kursbewegung teilweise realisiert, aber wir bleiben bei Big Tech investiert. Dann die Mittelständler und die Sonstigen haben einen guten Performance-Beitrag gehabt und auch Berkshire sowie Energie und Rohstoffe. Und heute möchte ich dann mit Ihnen vor allem über drei Investmentideen aus dem Portfolio sprechen. Wenn wir jetzt nochmal schauen, wie es seit Jahresanfang gelaufen ist, Big Tech nach wie vor ganz gut gelaufen, die Mittelständler auch und Berkshire ist sehr gut gelaufen. Insgesamt macht das auf das Halbjahr eine Performance von 10,3 Prozent. Ja, hier macht er etwas, was mir als Finanzexperte oder Fachmann oder jemand, der sich da seit 30 Jahren damit beschäftigt, nicht so gut gefällt. Es ist aber leider üblich geworden, ich möchte das an der Stelle erwähnen. Man schaut auf einen ganz kurzfristigen Horizont. Schauen Sie meine Performance in zwei Jahren, schauen Sie meine Performance in sechs Monaten. Das ist ein bestimmter Investmentstil, der aus meiner Ansicht für Unternehmer wenig Sinn macht, weil er zu kurzfristig gewählt ist. Und es zählt aus meiner Sicht der langfristige Erfolg. Sie sind dann, wenn Sie Unternehmer sind, als Anleger oder auch als Anleger erfolgreich, wenn Sie das Geld aus der Investition, also aus der Anlage herausnehmen und anschauen, wie hat sich eine Kaufkraft über diese drei, vier, fünf, zehn Jahre. Entwickelt kurzfristig über einen drei- oder sechs-Monatshorizont, auch über zwei Jahre kann man immer mal Glück haben und eine Sonderkonjunktur bei seinen Anlagen haben. Das ist über zehn Jahre nicht möglich. Deswegen halte ich diese ganze Ausrichtung des aktuellen Kapitalmarktsgeschehen, auch des Reportings und der News, auf dieses kurzfristige. Ja, es gibt ja Leute, die sind Daytrader übrigens, die allermeisten von denen verdienen nichts. Das halte ich für falsch und auch für schädlich für Sie als Unternehmer. Die Börsen sind aktuell teuer. Der Aufschwung geht schon seit zwei Jahren. Das wissen wir auch und deswegen werden wir vorsichtiger. Wenn Sie hier schauen, die zehn größten Unternehmen des S&P 500 haben Rekordkursgewinnverhältnisse, sind also so teuer wie seit 1990 nicht und eigentlich so teuer wie noch nie. Also vor vier Jahren war das auch schon so, aber da hat sich nichts geändert. Auch die anderen Unternehmen des S&P 500 sind relativ teuer, zwar nicht mehr ganz so teuer wie 2020, aber immer noch am oberen Rand. Das heißt, eigentlich wird es schwerer, gute Investments zu finden. Die nächsten ein, zwei Jahre dürften schwieriger werden. Ja, das ist eine Einschätzung, die ich im guten Maß teile. Wir haben größere Risiken, geopolitische Natur. Schauen Sie sich an, was gerade in Sachen Krieg passiert, was in Taukraine passiert. Wir haben ein marodes internationales Finanzsystem. Also wir haben strukturelle Probleme, die natürlich nicht ohne Auswirkung auf die Aktienmärkte bleiben werden, wahrscheinlich bleiben werden, um mich präzise auszudrücken. Auch der sogenannte Buffett-Indikator zeigt, dass wir in relativ hohen Bewertungsniveaus schweben. Der Buffett-Indikator ist ein Klassiker der Bewertung, wie teuer oder wie billig ist ein Markt und er setzt das Marktniveau ins Verhältnis zu der Wirtschaftsleistung eines Landes oder eines Wirtschaftsraums. Aber ich glaube, das wird daher gleich erklärt. Und was sagt der Buffett-Indikator? Er nimmt den Marktwert aller Aktien eines Marktes, also die Marktkapitalisierung zum Beispiel des US-Marktes, seine Bewertungsgröße, also wie viel sind diese Aktien zusammen zu diesem Zeitpunkt wert, wie viel ist der Markt wert, was wird am Markt für alle Aktien dieses Landes bezahlt. Und er teilt das durch eine reale Größe, nämlich das Bruttoinlandsprodukt dieses Marktes. Und da sind wir bei 200 Prozent, ein Faktor von zwei. Wir waren seit 2003, wir waren mal bei 100 Prozent, wir waren dann nach der Finanzkrise auch bei 50 Prozent, das war billig. Also wenn Sie es so wollen, ist es das vierfache Bewertungsniveau von der Zeit nach dem Crash, nach der Finanzkrise. Und das ist viel. Ja, das ist sehr viel, auch wenn hier sozusagen der extremste Abstand gewählt wird. Man nimmt den Tiefpunkt nach der Finanzkrise 2008 und vergleicht das mit dem heutigen Niveau. Ja, aber er bleibt dabei und ich auch bleibt dabei, der Aktienmarkt aktuell ist am Oberrand der Bewertung wahrscheinlich sogar überbewertet. Das war eine Zusammenfassung der Art und Weise, wie der gute Max Otto investiert. Ich schätze ihn sehr, er ist einer der Influencer, der Wissen hat. Da gibt es auch andere, die reden viel zu Finanzen und sollten das vielleicht lieber nicht tun. Er ist jemand, den schaue ich mir selber an. Das heißt nicht, dass ich unbedingt mit ihm übereinstimme. Man kann ja immer eine Investition oder eine Einschätzung von der linken oder von der rechten Seite anschauen, kann auf unterschiedliche Faktoren Wert legen und da zu einer anderen Meinung kommen. Aber er ist grundsätzlich ein Mann, der von Finanzen etwas versteht und ist mit Sicherheit eine Stimme, die man hören sollte. Herzliche Grüße, Alexander-Aleksandrach. Untertitelung des ZDF, 2020